Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Erstmal vielen Dank fürs Einschalten und heute gibt es ein kurzes Update zum Gold- und Silberpreis. Aber speziell möchte ich in diesem Video auf die neuesten Ereignisse eingehen, die den Gesamtmarkt hier richtig mal in den Keller rauschen haben lassen, mehr oder weniger. Und dazu nicht erschrecken, diese Kerze ist nicht in Gold oder in Silber hier verzeichnet, sondern das ist der Deutsche Light Index. Und der Deutsche Light Index, der DAX, hat am Freitag noch über 5% korrigiert und ist runtergerauscht auf die 15.000 Punkte-Markte und hat sich hier mal kurzfristig oder kurzzeitig gefangen, möchte ich behaupten. Warum ist der Gesamtmarkt hier in den Keller gerauscht, mehr oder weniger? Und zwar die neue Virusvariante oder eine neue Virusvariante bzw. Mutation wurde in Südafrika entdeckt und der Öffentlichkeit preisgegeben. Und da ist es ganz klar, der Gesamtmarkt, die Händler im Gesamtmarkt werden sich dann erstmal verabschieden und abwarten, wie darauf seitens der Regierung und der Notenbanken reagiert wird. Und wie im letzten Video schon besprochen, ging bis Freitag der Markt davon aus, dass wir im Endeffekt weitere oder die ersten Zinsanhebungen im nächsten Jahr bekommen werden. Auch das Gelddrucken wird Schritt für Schritt zurückgefahren und diese Einstellung, denke ich, ist seit Freitag hier über Bord geworfen worden. Denn der Markt ist sich jetzt momentan unsicher, wie weiter verfahren wird. Unsicherheit mag der Markt auf jeden Fall nicht. Und die EZB-Präsidentin, Frau Lagarde, hat sich schon geäußert am Freitag, dass sie eben sinngemäß alles dafür tun wird, um den Markt zu stützen, um die Wirtschaft zu stützen. Und im Umkehrschluss bedeutet das für mich persönlich, dass die Gelddruckerei nicht zurückgefahren wird, wie angedacht. Und dass es auch nicht so schnell zu Zinsanhebungen kommt. Dafür ist eben diese neue Mutante verantwortlich, sage ich jetzt einmal. Und auch die Notenbank der USA, die FED, wird wahrscheinlich alles tun, aber nicht die Zinsen anzuheben, bis geklärt ist, inwieweit auch die Impfstoffe auf diese Mutante eben reagieren. Und sozusagen möchte ich im Silberpreis hier auf Tagesbasis starten. Ich muss im Voraus erwähnen, Silber hat am Freitag noch geschlossen bei minus 2% zum Vortag, wobei Gold, auf das kommen wir auch gleich zu sprechen, im positiven Bereich geschlossen hat. Und das sind für mich auf jeden Fall sehr interessante Anzeichen dafür, dass wir im Goldpreis speziell auch eine Trendwende nach oben einschlagen könnten. Aber eines der Reihe nach, im Silberpreis sieht es folgendermaßen aus. Wir hatten die ganze Woche mehr oder weniger fallende Kurse. Und zwar zum Wochenschluss gegen den Silberpreis noch auf die im letzten Video erwähnte 23 US-Dollar-Marke. Das war an sich in meinen Augen schon erwartet worden für mich persönlich, aber durch diese Neuigkeit oder diese Meldung am Freitag wegen dieser Variante ist es so, wir sind hier die 23 US-Dollar zum Testen mal angelaufen und wurden direkt wieder etwas nach oben gekauft. Es bleibt jetzt noch alles offen, rein technisch gesehen, denke ich, darf man den Markt jetzt nicht mehr die nächsten Tage einschätzen, denn es kann hier durch verschiedene Meldungen seitens der Notenbanken sich das Blatt auf jeden Fall noch drehen. Und zwar im Silberpreis ist es rein technisch so, wir dürfen eben nicht unterschreiten diese 23 US-Dollar, denn im letzten Video habe ich es euch schon gezeigt, dass hier das letzte Tief steht vom 3. November. Und wenn dieses nach unten rausgenommen wird, werden wir wahrscheinlich weiter fallende Kurse sehen. Die Indikatoren auf Tagesbasis deuten noch keine Trendwende im Silberpreis an. Der RSI läuft noch Richtung überverkaufte Zone und der MACD läuft immer noch oder signalisiert den Trend nach unten weiterhin an. Und ich möchte direkt dann auf den Goldpreis rüber gehen. Und zwar, wie vorher erwähnt, hat Gold nicht so wie Silber im Minus den Markt verlassen am Freitag. Im Gegenteil, der Goldpreis hat den Markt verlassen bei plus 0,17% zum Vortag. Und wir können hier an dem Docht noch sehr schön sehen, dass auch ein Versuch da war, die 1818 US-Dollar-Marke mal zu testen. Und summa summarum ist es im Goldpreis auf Tagesbasis so. Und da denke ich, spielt eben diese erwähnte Meldung mit. Und zwar haben wir kein tieferes Tief bekommen diese Woche. Und das ist für mich persönlich ein ausschlaggebender Grund dafür, dass wir tatsächlich doch nicht mehr die 1764 in Angriff nehmen. Denn die Gesamtsituation seit Freitag hat sich so verändert, dass wahrscheinlich auch viele Händler sich erstmal in den sicheren Hafen Gold bewegen. Inwieweit das vollzogen wird, muss man auf jeden Fall noch die nächsten Tage abwarten. Speziell auch die Eröffnung am Montag im Handel. Und summa summarum haben wir im Goldpreis im relative Stärkeindex hier schon eine Trendwende auf Tagessicht hier angedeutet bekommen. Es könnte durchaus so sein, dass wir die letzten Tiefs an der grünen Linie nach oben rausnehmen. Und erstmal, bis sich die ganze Lage beruhigt hat anhand dieser Virusvariante, dass wir eben nach oben weiterlaufen. Und im MACD hier unten haben wir zwar immer noch einen Abwärtstrend hier signalisiert, aber auf Wochensicht ist es so, dass im MACD noch kein Abwärtstrend vollzogen wird. Es ist zwar hier nötig, ein Bearish Crossover zu bekommen. Die gelbe Linie geht schon etwas Richtung Süden. Aber wir haben noch eine hohe Range, bis wir eben einen Abwärtstrend auf Wochensicht hier bekommen. Und der RSI hier oben steht immer noch überhalb der letzten Tiefs. Und das ist auf jeden Fall positiv zu werten. Und ich denke, aufgrund dieser neuen Variante könnte sich hier, speziell im Goldpreis, eine Trendwende, könnte sich hier einleiten. Das ist eben noch abzuwarten. Und dieser Aufwärtstrend, den ich mal hier mit einer Linie verzeichnet habe, ist noch nicht unterschritten. Und solange das eben der Fall ist, könnten wir durchaus davon ausgehen, dass wir Richtung Norden weiterlaufen. Es bleibt eben aber noch abzuwarten, inwieweit zu dieser neuen Mutante hier, inwieweit da noch verfahren wird, seitens der Regierung der Notenbank, wenn hier weiterhin Gelder in den Markt gespült werden, wovon ich auch ausgehe, mehr oder weniger, müsste es dazu führen, dass auch die Inflation dementsprechend weiter steigt und im Gegenzug auch der Goldpreis sich hier wieder Richtung Norden dreht. Der Ölpreis möchte ich auch noch kurz mal zeigen. Der hat korrigiert auf minus 12,6 Prozent zum Vortag. Und das ist natürlich auch ein sehr interessanter Faktor. Wir haben hier im Ölpreis auch die 200er EMA auf Tagessicht schon unterschritten. Und wie ihr ja wisst, war es mal kurzzeitig so. Noch am 21. April letzten Jahres, wo dieses Virus hier veröffentlicht wurde, war sogar der Ölpreis bei Null und teilweise sogar noch im Minusbereich. Also Öl war umsonst und das ist auf jeden Fall auch seitens der Inflation sehr interessant, inwieweit sich der Ölpreis hier auch noch Richtung Süden bewegt. Und es ist eben alles offen. Man kann es hier nicht direkt jetzt einschätzen, bis eben die Sachlage der neuen Variante geklärt ist. Und dann müssen wir eben schauen, wie die Marktteilnehmer darauf weiterhin reagieren. Bis es soweit ist, halte ich euch sowieso auf dem Laufenden, wenn sich hier was Signifikantes ergibt. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Bleibt gesund und es würde mich wie immer freuen, euch im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bis dahin, euer Michi. Ciao.